Karl-Heinz Knebel war ein echter Allgäuer. Er wurde am 26. Oktober 1951 in Füssen geboren und hat dort auch den größten Teil seines Lebens verbracht. Nach der Priesterweihe 1978 war er zunächst in verschiedenen Pfarreien tätig und wurde 1987 dann Pfarrer in St. Mang. Zwei Jahre später wurde er auch Dekan des Dekanats Füssen. Er arbeitete und lebte über 20 Jahre lang als Seelsorger in seiner Heimatstadt, bis er im Jahr 2008 vom damaligen Bischof Walter Mixer zum Generalvikar des Bistums Augsburg ernannt wurde. Seine Ernennung zum Prilaten durch Papst Benedikt XVI. und zum Domkapitular erfolgte nur ein Jahr später. 2010 wurde er Mitglied des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem und auch durch den neuen Diözesanbischof Konrad Staser wieder zum Generalvikar ernannt. Seit 2012 widmete er sich als Bischofsvikar für Kirche, Kultur und kirchliche Bildung einer neuen Aufgabe, die ihn ganz ausfüllte. Sein Herz schlug für die Verbindung von alten und modernen Kunstformen. Bischof Konrad Staser schätzte an ihm seine Kompetenz und die gelassene Heiterkeit. In einer ersten Reaktion sagte Staser, dass es ihm sehr schwer, Falle zu realisieren, dass er künftig nicht mehr mit dem Rat und dem Einsatz seines Stellvertreters rechnen könne. Bischofsvikar Prelat Karl-Heinz Knebel starb im Alter von 66 Jahren am 4. November 2017 in Augsburg. Das Requiem für ihn wird am Freitagnachmittag im Dom gefeiert. Im Kreuzgang des Doms wird er anschließend seine letzte Ruhe finden, an einem Ort, den er in den vergangenen Jahren in vieler Hinsicht geprägt hat. Das Requiem für ihn wird am Freitagnachmittag. Das Requiem für ihn wird am Freitagnachmittag.